Team sagt meistens ich bin nie schuld nein er ist nah an einem Boden immer sagt HAP PP Dienste und zwei scheiße den immer finde ich cool um welche Klasse ändern werden dafür einfach die hier die Stromgewehr leichte MGs auch nicht genau die K könnten wir vielleicht noch sekundär war für nehmen warum nicht ein bisschen dumm aber mein Gott muss einfach mal Spaß haben okay was stimmt was denn ab hier C-Town C-Town lecker Fisch essen hier gibt es so ein kleines kleine jetzt kleines Restaurant können sich schön hinsetzen und ein bisschen das Zelt aufschlagen los geht's Team Deathmatch C-Town natürlich die ich mag die war fertig gesagt ziemlich schnell ist auch ziemlich cool Team Deathmatch okay 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 auf Distanz mit dem Ding zu schießen ist dumm selbst sollte ich näher ran das kann aber schwer werden wir haben die Führung verloren Dö könnt ihr den den dönt jedes Mal Hühnchen schlachten dafür bin ich draufgegangen gut gemacht als Regen zu hören ganzes Wagen die Hühnchen abzuschlachten wenn ihr aufs Spiel ist er gelaufen oh wurde er gekillt ok das war komplett daneben und hinter mir war einer und da hat einer hinter der Kiste gekämmt wow ganz starke Aktion hier boah hat er die Scheiße aber aus dem Haus geschossen er ist erledigt er ist erledigt ich seh hier mal sowas funkein toll komm ich schon ballern um die Ecke jawoll ein bisschen den Arsch gerettet Achtung feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet die 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 Faktum Prozent blöde nur bis zur Blatt h h h so mies ganz langsam geschlecht so mehr kann er merkte ein nicht Macht nicht sehr viel Schaden, gut. Oh, cool. Wir sind immer ganz lange an die Treppe hoch, komm. Soll es auf und zu rennen. Schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Die gleiche Stelle. Weiß nicht, ob das der gleiche Typ war. Fuck. Die sind immer so schleichen an den Dingen. Ach, du Scheiß hat der Glück gehabt. Eigentlich schon eine Mäcke. Eigentlich habe ich das Ding nur geworfen. Und auch getroffen, oder? Ne. Das war Wunder, glaube ich. Was habe ich da nur explodieren hören? Und ist eh schon im Arsch. Keine Ahnung, wir auf Sniper wechseln. Scheiß drauf, wenn wir gekillt werden. Oh, war gar kein Sniper. Habe ich meinen Sniper weggemacht? Glaub nicht. Da ist er. Da ist einer. Da ist ein Camper da. Wo wir Kisten da waren, ne? Ja, zu meiner Verteidigung, ich war schon angeschossen. Oh, jetzt Sniper. Oh Gott. Quick Scorpen vom Feinds. Not. Ich habe heute so viel Spaß. Das ist echt genial. Jetzt kommt's. Hier muss ich aber die Waffe wechseln. Nein, 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 nein. BAM! BAM! Äh, frisst das! Oh, oh! Oh, kurzer Prozess. Müsste noch ein Quickscope gewesen sein. Nein, wir sind viel schneller. Oh, fuck, da ist einer. Haut er einfach ab. Da haut er einfach ab. Wunder mich gerade, dass ich Kills gemacht habe. Mit dem Sniper. Ich kann das eigentlich gar nicht. Nö, ja. Da stand zwar noch einer, aber ich gehe drauf. Ist gar nicht so. Da, ah! Komm zurück, bitte. Können wir uns hier nicht festsetzen, ne? Oh, was? Was war das denn? Durch den Durchgeschossen. Oh, die Kugel verzogen. Irgendwas. Oh, voll auf den drauf. Da muss noch geübt werden. Voll. Wieder kurzer Prozess. Die Schüsse sind geil, wo man einfach auf die Höhe geht, rüberzieht und einfach abdrückt, wenn man dann über dem Ding ist. So machen es die echten Sniper ja auch. Hier lag eine Ballistikweste irgendwo rum. Ah, da hinten irgendwo. Das ist cool. Oh, Madshot. Was ist denn los? Ach ja, Kills mit der Sniper. Ich mag das Ding irgendwie. Ah, Snipern hier in Modern Warfare 3 schon ziemlich anders. Im Gegensatz zu Black Ops. In Black Ops muss man wirklich nur stehen und wirklich das Ziel im Visier haben. Aber hier, Quickscoe einfach nur hier so, pok, pok, fertig. Also hier ist mal keine Sau gerade. Hier würde auch, glaube ich, keiner kommen. Die müssten da irgendwo hinten an der Map sein. Fuck, fuck, fuck. Das ist keiner. Aber der Fotograf hat da abgeknallt. Ah. Ah, nur verwundet. Ich fass es nicht. Bin in den Arm geschossen oder so. Ah, shit happens, shit happens. Ich habe nur darauf gewartet, dass da sich einer hinstellt. Ah, ne, doch. Oh, ich konnte nicht schnell genug rüberziehen. Meine Sensibilität ist nämlich nicht so hoch. Der meert. Ob sie gesehen, wie ich da auch so versucht habe, aber war. Dass wir aus dem Zoom gehen sollen. Oh, das ist da reingelaufen, kommt der da gleich hoch. Ah, shit. Ah, shit. Er ist da. Er ist da. Er ist da gedruckt. Verräter. Ah, der muss den haben. Eindeutig. Oder er ist weggelaufen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist denn am verlieren? Kann er meinen Sniper-Skills liegen? Oh, wie ich hier gerade versucht habe, ihm hinterher zu kommen. Schon lustig. Einfach noch so ein Zoom gehen müssen. Ah. Ah, da bin ich schon ein bisschen vorgezogen. Voll. Donner gekriegt. Ah, ist keine Sau. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Super gemacht. Richtig geil von euch. Geiles Team. Schön. Pure Schönheit. Wow, vorletzte an meinem Team. Snipern. Nja. Nicht so mein Ding. Neues Emblem. No way. Interchange hatten wir noch nicht. Hoffentlich wird die gewählt. Snipern kann schon Spaß machen. Muss man noch ein bisschen üben. Definitiv. Oh, alle fehlen sich wieder Hardhead. Interchange. Hardhead hatten wir doch gerade schon. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Dann nochmal Hardhead. Countdown läuft. Na geht's los. Ich wechsle zu. Oh, Schavi hat noch schnell zu Skar zu wechseln. Nehmen wir mal Delta. Alles klar. Versuchen wir mal ein paar lame Kills mit dem Raketenwerfer zu machen. Ist mal ohne Camo. Oh, dieser Luigi, der sich mal mitten auf der Map sitzt. Und setzt der jetzt in meinem Team. Was ist der Typ? Wir sind in Führung. Gut, gut, macht ihr das. Oh. Ja, die Type 95 ist da. Die kann ganz schön lame sein. Eine, du steckst eine Waffe mit dem Spiel, würde ich sagen. Ah, ich konnte nicht schnell genug schießen. Wollt's versuchen. Spielverderber. Klasse. Vorsicht. Achtung, Delta Team. Feindliche Aufklärungsdrohne. Ha, ha. Einfach nur abgegriffen. Gleiche Nummer an der gleichen Stelle so schnell. Wiederhole Aufklärungsdrohne online. Achtung, der geht die Munition aus, fuck. Der sitzt in der Ecke, der sitzt in der Ecke. Uff, der ist da rumgelaufen. Naja. Kann man nix mehr machen. Ich hab mal Raketen, wir verzücken sollen. Das ist lustig gewesen. Oh, Kettenabwehrstellungen. Könnte man gleich kaputt machen. Oh, da kommt einer dahinter, fuck. Ich lade nämlich immer nach, wenn einer tot ist. So eine dämliche Angewohnheit von mir. Da, friss. Bam. Ja. Meine Rache ist fürchterlich. Oh, schon wieder. Habt ihr es gesehen, wieder nachgelangen. Dämliche Angewohnheit, ey. Dämlich, dämlich, dämlich. Ich kann Schweinberger dein Laufen sehen. Ja, klar. Die ganze Map ist frei. Ich krieg die wieder ab. Warum nicht?